Jerome Paul hat die Märkte schwer enttäuscht gestern, gar keine Frage. Aber es ist eben auch gar keine Frage, dass Jerome Paul um die Erwartungen der Märkte wusste. Also hat er bewusst offenkundig den Märkten nicht das gegeben, was die Märkte haben wollten. Und dementsprechend liegt die Schlussfolgerung vielleicht nahe, dass da eine Botschaft enthalten ist. Und welche das sein könnte, diese Frage wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und das Ganze in einen etwas größeren, auch historischen Zusammenhang einordnen. Fangen wir mal an mit dem, was Jerome Blockland hier sagt. Die Federal Reserve hat ein Monster kreiert, nämlich die Finanzmärkte. Und die wollen immer mehr haben, mehr, 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 gib uns mehr. Und das, obwohl das BIP-Wachstum wohl 6% betragen wird, das ist natürlich ein absoluter Hammer. Ihr wollt immer noch mehr von diesem Stimulus, immer noch mehr haben von dem, wenn die Märkte mal ein bisschen nervös werden, dann muss die Fed sofort agieren, weil die Märkte nervös werden. Das ist so wie bei quengeligen Kindern, die immer beim kleinsten Problem gleich Mama, Papa rufen, statt erstmal versuchen, das Problem selbst zu lösen. Und vielleicht ist die Botschaft von Jerome Powell an die Märkte jetzt. Die kommt jetzt mal alleine klar. Wir haben euch geholfen, als es schwierig war. Wir haben dafür gesorgt, dass jetzt wir aus den Gröbsten wahrscheinlich raus sind mit den Impfungen. Die Wirtschaft scheint jetzt sicher zu erholen. Also müsst ihr mit dem klarkommen, was bisher der Fall ist. Mehr werden wir erstmal nicht tun. Und die Frage ist, wie die Märkte jetzt damit umgehen. Das ist eine interessante Frage. Aber man sieht natürlich jetzt mal ganz klar, was eigentlich der Treiber an den Märkten ist. Wir können Konjunkturdaten haben. Das interessiert eigentlich keinen. Heute kommen ja die Non-Farm-Payrolls, die großen US-Arbeitsmarktdaten. Interessiert eigentlich keinen. Entscheidend ist, was Jerome Powell von der Fed sagt. Danach wird getanzt. Je nachdem, wie diese Musik spielte, wird getanzt. Und wir sehen, die Musik war gestern die, dass Materials, Industrials, Financials, vor allem Information, Technology, Consumer Discretion, alle verloren. Nur Energy ist gestiegen. Hing auch mit dem Ölpreis zusammen. Weil die OPEC hier beschlossen hat, erstmal nicht zu handeln. Also den Output jetzt nicht zu verringern. So oder so. Es ist also die Geldpolitik, die hier die entscheidende Rolle spielt. Und das hat manchen nicht gefallen. Wir sahen gestern die größte Selling Panic since Oktober. Also seit Oktober, weil Jerome Powell no hint at help gegeben hat. Also nicht mal eine Andeutung von Hilfe gegeben hat. Und das war jetzt nicht so ganz nach dem Gusto. Wir sehen neue Turbulenzen auch am Repomarkt. Jetzt minus 4,25 Prozent. Wer also jemand Geld leiht und dafür Staatsanleihen als Sicherheit in Empfang nimmt, der muss Geld bezahlen. Eine absurde Situation. Das ist eine Achillesferse der Fed. Da muss man aufpassen. Da wird man agieren. Jedenfalls. Und das finde ich hier einen interessanten Gedanken. Paul hat ja gestern wieder versucht, das Thema Inflation klein zu reden. Ja, könnte ein bisschen anziehen. Wird vielleicht dann ein bisschen steigen. Aber dann auch wieder zurückkommen, wenn dieser erste Sugar Rush nach weiteren Öffnungen vorbei ist. Aber jetzt sagen manche hier, Mensch, je mehr Paul das hier runterredet, umso alarmierter sind wir. Umso gefährlicher ist die Situation vielleicht. Und das ist eben jetzt dieses Äquilibrium, dieses Ausbalancieren, was wir hier an den Märkten sehen. Hat der Pauli vielleicht doch recht? Denn es ist ja durchaus möglich, dass wir jetzt ein kurzes Anziehen der Inflation sehen und dann die Dinge sich wieder schnell normalisieren. Wir sehen ja in den Konjunkturdaten der letzten Zeit, etwa aus den USA oder aus China, dass die Daten bereits wieder schlechter werden. Also vielleicht ist das Beste an Hoffnung, an Konjunkturerholung bereits schon hinter uns, weil eben die Erwartung so hoch war. Und diese Erwartung hat Fakten geschaffen. Jetzt aber kommt die Realität und die Realität wird dann ein bisschen schwieriger. Jedenfalls, in Sachen Inflation ist natürlich ein Punkt vielleicht sehr, sehr wichtig. Paul Volker, Sie werden den vielleicht noch kennen. Die älteren Boomer unter Ihnen zumindest, der war Notenbankchef 1979 bis 1987, ist von Carter ernannt worden. Obwohl er sehr klar gesagt hat, was er machen wird und das ist eben etwas, was heute kaum mehr vertragen werden kann. Damals ist Paul Volker den schmerzhaften Weg gegangen. Wir gehen immer den leichten Weg, Hauptsache keine Schmerzen, Hauptsache den Weg des geringsten Widerstands gehen, damit wir unsere Wohlstandsillusion weiterführen können. Deswegen pumpen die Notenbanken immer mehr Geld ins System, obwohl die Schulden viel schneller wachsen als eben die Wirtschaft. Paul Volker ist einen anderen Weg gegangen. Der hat gesagt, wir haben eine viel zu große Geldmenge, die müssen wir verknappen. Hat dann auch ein bisschen die Zinsen angehoben. Das hat richtig reingeknallt. Es gab einen sogenannten Folkesschock. Also praktisch einen Schock für die Wirtschaft, die damals in die Rezession kam. Das hat durchaus viele Folgen gehabt, Schicksale, die da negativ betroffen waren. Aber Paul Volker hat es geschafft, die Inflation zu besiegen. Seitdem ist Inflation eigentlich kein wirklich großes Thema mehr, seit den Aktionen von Paul Volker. Und vor allem ist eines interessant. Volker hat damals gesagt, okay, die Wirtschaft wird eh jetzt in die Rezession gleiten. Das hat sich damals angedeutet. Also kann ich jetzt gleichzeitig eine Geldpolitik machen, die das Ganze noch ein bisschen härter macht. Aber vor allem drohte damals eine Situation, die vielleicht diesmal auch drohen kann. Denn damals war es so, dass die Firmen begannen, weil die Inflation so stark war, Personal abzubauen. Denn das Teuerste in einer Firma ist normalerweise Personal. Also sind die Menschen die Mitarbeiter. Gut, es gibt Firmen, wo fast nur Maschinen sind und wenige Menschen, Humanite, da noch eine Rolle spielen. Aber damals haben die Firmen jedenfalls begonnen, Personal abzubauen, weil die Kosten aus dem Ruder liefen. Da hat sich Paul Volker gesagt, okay, dann muss ich die Inflation in den Griff kriegen, damit das nicht passiert, weil sonst kriege ich das nicht mehr zurückgedreht, dass die Firmen Leute entlassen, wenn eben die Löhne zu stark anziehen und dann eben der Kostenfaktor Mensch abgebaut werden muss. Und er hatte Erfolg damit, auch wenn die Schmerzen groß waren. Wir sind nicht bereit, diese Schmerzen zu haben. Vielleicht hat Paul gestern gesagt, na ein bisschen Schmerz könnte schon mal sein. Und jemand, der wirklich die Dinge so klar auf den Punkt gebracht hat, vor knapp einem Jahr, hat Richard Fischer, ehemaliger Chef der Dallas Fed, der war da von 2005 bis 2015 Fed-Chef des Distrikts Dallas, der gesagt hat, ja, jedes Mal, wenn die Märkte nervös werden, wollen sie, dass wir ihnen neues monetäres Kokain geben. Das kann doch nicht sein. Jedes Mal sollen wir die sozusagen rausholen, sollen wir sie retten. Und wir haben jetzt eine Generation an Money-Managern geschaffen, die noch nie irgendwelche Turbulenzen erlebt haben, die immer nur eine Einbahnstraße erlebt haben. Und wir werden damit nicht klarkommen, wenn wir nicht auch mal ein Zeichen, ein Signal setzen, dass wir uns von den Märkten emanzipieren, beziehungsweise die Märkte sich von uns emanzipieren müssen. Das ist eine sehr, sehr weise und kluge Aussage. Die Frage ist, welchen Kurs wird der Paul jetzt in den vermutlich letzten Monaten seiner Amtszeit fahren? Jedenfalls hat er ein klares Signal gegeben, verlasst euch nicht komplett auf uns. Nicht jedes Mal, wenn ihr ein bisschen mosert, werden wir sofort agieren. In welcher Form agieren, fragt sich da zum Beispiel Konoda von der Bank of Japan, der sofort jetzt, nachdem die Fed ja im Prinzip andere Notenbanken, wenn man so will, im Stich gelassen hat. Wir haben ja die EZB-Speaker gehabt, die immer wieder gesagt haben, oh Gott, hier werden wir agieren müssen. Die Bank of Australia hat agiert. Und hier jetzt Verbalintervention von Konoda, dem Chef der japanischen Notenbank. Und dann sind die Renditen ein bisschen gefallen am japanischen Anleihemarkt. Also hier sieht man, das ist der Weg des allergeringsten Widerstandes. Und da ist eben eine völlig andere Denke da, dass man mit Geld eben die Probleme wegdrucken kann. Man vergrößert sie. Wir haben natürlich jetzt auch große Bewegungen an den Anleihemärkten gesehen. Die Renditen sind um weit über 100 Prozent gestiegen. Wir waren ja bei 0,51 Prozent, glaube ich, im Tief der Corona-Krise und sind jetzt deutlich über 1,5 Prozent. Das ist schon eine große Bewegung, 131 Prozent in 45 Wochen, okay. Aber vor allem, was jetzt der Fall ist, man hat ja auch gehofft, dass hier bestimmte Fortsetzungen kommen, dieses Vehikels, das ich gestern beschrieben hatte, dass den Banken letztendlich, hier die SLR-Extension, dass den Banken letztendlich erlaubt, weniger Eigenkapital hinterlegen zu müssen, damit die Liquiditätssituation verbessert hat. Das ist gestern nicht gekommen und wir sehen die Reaktion beim australischen Dollar, New Zealand Dollar, also alles, was sozusagen ein bisschen spekulativer unterwegs ist, das hat gelitten. Und jetzt ist die Situation, dass wir jetzt eben die Blackout-Period haben. Das heißt, bis zur FED-Sitzung, die stattfinden wird am 16. und 17. März, wird sich kein FED-Speaker mehr äußern können, dürfen. Denn kurz vor den FED-Sitzungen, also in knapp zwei Wochen, ist das verboten. Das heißt, wir werden jetzt auch keine verbale Unterstützung mehr seitens der FED bekommen. Jetzt nochmal zur Erklärung, es gab hier auf YouTube Fragen, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Operation Twist und Yield Curve Control? Operation Twist bedeutet einfach nur einen Austausch von Anleihen. Ich verkaufe die kürzer laufenden und kaufe die länger laufenden als FED jetzt hier, um die Renditen der länger laufenden Anleihen zu drücken. Bilanziell ist das praktisch egal, respektive was die Bilanzsumme betrifft, denn die verändert sich nicht. Ich verkaufe das eine und kaufe das andere. Ganz anders ist es bei der Yield Curve Control. Da sage ich, okay, hier ist die Grenze für die Rendite zum Beispiel der 10-jährigen Anleihe bei, sagen wir mal, 1,6 Prozent und ich werde alles tun, damit das so bleibt. So wie einst die Schweizer Nationalbank, die den Euro Franken bei 1,20 deckeln wollte und dann immer Franken verkauft hat und Euro gekauft hat, um eben diese 1,20 halten zu können, um die Aufwertung des Franken damals zu verhindern. Aber die S&B ist gescheitert, musste das dann aufgeben. Das hat vielen sehr wehgetan, die hier in diese Richtung spekuliert hatten. Warum? Weil man natürlich Risiken akkumuliert, weil man immer mehr Euro sozusagen sich hier in die Bilanz genommen hat und die Risiken für die FED sind ganz enorm, denn im Grunde heißt Yield Curve Control, egal was passiert, wir werden kaufen. Das heißt derzeit, das Quantitative Easing der FED, immer 120 Milliarden Dollar im Monat, egal was passiert, während Yield Curve Control heißt, das kann total ausufern, das kann in der Bilanzsumme eine Explosion nach oben geben, weil man ja garantiert, wir haben hier diese Grenze und da soll es nicht drüber gehen, wir kaufen und kaufen und kaufen und kaufen. Und dementsprechend, und das sieht man jetzt schon in der FED-Bilanz, vielleicht ein wichtiger Aspekt, sind die Notenbanken natürlich in einem extremen Risiko. Wir sehen jetzt, dass zum Beispiel die FED-Bilanz jetzt in der letzten Woche um 32 Milliarden Dollar geschrumpft ist. Warum? Weil eben durch den Anstieg der Renditen die Kurse der Anleihen gefallen sind und faktisch die FED dadurch Schmerzen erlitten hat, Verluste erlitten hat und wenn das Ganze so weitergeht, dann wäre das natürlich noch ein ganz anderes Problem. Das ist eben auch der Grund, warum die Bundesbank zum Beispiel Rückstellungen jetzt gemacht hat, für den Fall, dass die Renditen weiter steigen, dann also die Kurse fallen und die Notenbanken kaufen ja die Anleihen, kaufen also zu einem bestimmten Kurs und hätten dann eben diese Verluste. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren, Wir sehen jetzt den Nasdaq richtig unter Druck, zwei Standardabweichungen unter dem 50-Tagesdurchschnitt. Wir sind also ein Stück weit überverkauft. Wir sehen den RSI jetzt so überverkauft wie seit dem März-Crash nicht mehr. Also da ist einiges passiert. Und genau das hat der Henrik Becker bei Finanzmarktwelt und in seinem Börsenbrief Tsunami schon angedeutet. Becker hat damals gesagt, ja wir werden jetzt auf 2300 fallen beim Nasdaq 100. Er hat da als Sachse eine besonders interessante Formulierung. Der Index wird sich fallen lassen müssen, so formuliert ist Henrik Becker sehr gerne. Eine ganz großartige Finanzpoesie. Jedenfalls ist das sozusagen jetzt der Punkt 2300 beim Nasdaq 100, die heute Nacht schon wieder auf Future Basis nochmal gehalten hat. Bouncen wir jetzt da nach oben, weil wir stark überverkauft sind oder geht die Geschichte weiter? Das ist die große Frage. Jetzt auf jeden Fall, ups, das haben wir schon gehabt, auf jeden Fall sehen wir natürlich Schmerzen allenthalben. Wir sehen hier Cathie Wood, die mit ihrem ARKK ziemlich unter Wasser steht und sehr viel Tesla hat, sehr viele illiquide Nasdaq-Werte hat, die keinerlei Gewinne abwerfen. Und da hat sie teilweise 17 bis 21 Prozent dieser Werte, die überhaupt am Free Float der Fall sind und steht jetzt mit dem ziemlich dick unter Wasser und bewegt sich hier in illiquiden Merken. Das ist so dieses Typische, was immer wieder in Phasen der Manie der Fall ist. Die Leute, die erfolgreich sind, weil sie dieses Momentum, weil sie diese Trends, diese Manien eben auch reiten in vollster Konsequenz, die werden hochgejubelt, scheitern aber dann, wenn der Wind sich dreht und möglicherweise hat sich der Wind jetzt gedreht mit dem Anstieg der Renditen. Wir sehen zum Beispiel Tesla jetzt 28 Prozent tiefer als zu dem Zeitpunkt, als Elon Musk bekannt gegeben hat, dass man Bitcoin gekauft hat. Wir sehen hier den AKK von Cathie Wood hier im unteren Chartbereich auch schon 28 Prozent tiefer. Und wir sehen, dass die Fangman-Aktien, also Facebook, Apple und Konsorten, sind jetzt 700 Milliarden Dollar von ihrem Februar hochgefallen. Das ist das, was die gesamte Marktkapitalisierung von Italien betrifft. Ja gut, jetzt werden manche sagen, ohne Italien ist es auch nicht schlimm. Aber gut, das ist jetzt mehr dann ein geldpolitisches Argument. Wären wir vielleicht besser dran, wenn es Italien nicht gäbe. In Sachen Kultur wären wir deutlich schlechter dran, das ist ja mal klar. Jedenfalls ist da durchaus einiges passiert. Wir sehen bei SPACs, bei diesen Börsenmänteln, eine Manie ohne gleichen Jahr vorher, dass wir jetzt bei einem Index, der diese SPACs so ein bisschen trackt, 20 Prozent tiefer sind. Wir sehen, die IPO-Werte ähnliche unter Druck. Also da ist schon was passiert. Und bei diesen SPACs, da sehen wir eine absolute Manie. Da dürfte schon jetzt im März diesen Jahres das gesamte Volumen erreicht werden, das wir im gesamten Jahr 2020 hatten. Also da ist natürlich einiges am Dampfen. Und wir sehen, dass, wie Sven Henrik jetzt anmerkt, während Jerome Powell auf den Bildschirm guckt und dort rote Indizes gesehen hat, dass der Wix dennoch nicht so stark gestiegen ist. Wir haben keine neuen Hochs gemacht. Also ein bisschen Hoffnung vielleicht für die Bullen. Und wir sehen auf der anderen Seite den Dollarindex, der jetzt nach oben ausgebrochen ist. Das hatte sich schon lange angedeutet. Aber über die 92 muss er, wie hier dieser Chart zeigt. Und vielleicht noch ein Wort, insgesamt für die Märkte wird es richtig gefährlich, wenn die Junk-Bond-Yields anspringen. Also wenn die Risikoprämien für die Junk-Bonds, für die schlechtesten Unternehmensanleihen am Markt, wenn man so will, wenn die anspringen. Das ist bisher nicht der Fall. Ja, gestern sind die deutlich nach oben gegangen. Aber die sind nach wie vor auf einem so geringen Niveau, dass man da noch nicht wirklich Sorge haben muss. Und jetzt ist die Frage halt bei The Dip, wie Janet Yellen hier das offenkundig tut. Oder ist die Panik jetzt noch weiter verbreitet? Wir sind sehr, sehr stark überverkauft, gerade was den Nasdaq betrifft. Aber man kann auch manchmal sehr lange überkauft sein, zum Beispiel. Also wäre es möglich, dass wir auch länger überverkauft sind. Das wird jetzt eine entscheidende, eine wichtige Geschichte. 1430, die US-Arbeitsmarkt, Daten, das Markeflüster heute etwas früher, meine Damen und Herren. Und ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen hoffentlich interessanten Tag. Servus und ciao.